Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um die Formel V gleich S durch T und ich habe dazu drei Aufgaben für euch, wo wir einmal die Strecke ausrechnen sollen, dann bei der nächsten Aufgabe sollen wir die Zeit ausrechnen und bei der letzten geht es dann darum, die Geschwindigkeit auszurechnen. Also mit dieser Formel alles, aber jeweils eine andere Größe bei jeweils einer anderen Aufgabe. Aber starten wir erstmal hier vorne. Was haben wir hier? Ein ICE fährt mit einer Maximalgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde. Welche Strecke legt er bei dieser Geschwindigkeit in 1,25 Stunden zurück? Die Formel V gleich S durch T habe ich euch schon mal hingeschrieben. V steht dabei für die Geschwindigkeit, S ist die Strecke, die man zurücklegt und das T steht für die Zeit. Und wir gucken jetzt erstmal, was wir hier im Text gegeben haben. Der ICE fährt mit einer Geschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde. Also die Geschwindigkeit wäre unser V, das heißt, die wäre im Text schon mal gegeben. Gesucht ist dann die Strecke, das ist also unser S, die sollen wir ausrechnen. Und zwar innerhalb von 1,25 Stunden, die er da am Fahren ist. Stunden stehen natürlich dann immer für eine Zeit, also das wäre unser T. Das heißt, wir haben V und T gegeben und sollen die Strecke S ausrechnen. Dann würde ich euch immer vorschlagen, dass wir diese Formel erstmal nach S umstellen, weil das ist ja gesucht. Wie kriegen wir das hin? Naja, auf der Seite steht jetzt noch S durch T. Damit das S wirklich alleine steht auf der Seite, müssten wir die Gleichung einmal mit T multiplizieren. Dann hüpft dieses T ja auf die andere Seite und das S steht alleine. Also dann hätten wir da stehen V mal T gleich und auf der anderen Seite steht nur noch S. Also wenn ihr es rumdreht, steht da S gleich V mal T. Und mit der Formel berechnen wir jetzt eben unsere gesuchte Strecke. Also wir haben wirklich nur mal T gerechnet, damit das S alleine steht auf der einen Seite. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einsetzen. Also die gesuchte Strecke S wäre die Geschwindigkeit, das war das V. Das sind die 250 Kilometer pro Stunde. Oder? Tragen wir die mal ein. Schön mit den Einheiten, damit ihr immer wisst, dass ihr das auch alles so berechnen dürft gleich. Sehen wir gleich, worauf man da zu achten hat. Also das wäre die Geschwindigkeit, 250 Kilometer pro Stunde. Und das wird jetzt multipliziert mit T, also mit der Zeit, die der ICE halt unterwegs ist. Das sind 1,25 Stunden. Das können wir so natürlich eintragen und Stunden kürzt man ja mit H ab. Und jetzt, bevor ihr das ausrechnet, müsst ihr echt immer darauf achten, dass eure Einheiten die gleichen sind. Also wenn ihr hier Kilometer pro Stunde habt, dann dürft ihr das jetzt nur gleich ausrechnen, wenn hier hinten auch Stunden stehen. Wenn da jetzt Minuten oder Sekunden stehen würden, müsste man die erst in Stunden umrechnen. Aber das habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen. Hier kann man die Stunden jetzt aber verrechnen. Also das ist okay, weil alles in Stunden hier gegeben ist. Und wir können diese beiden Zahlen einfach multiplizieren. Also die 250 einmal multiplizieren mit der 1,25 und dann kriegen wir unsere gesuchte Strecke raus. Wenn ihr das im Taschenrechner eingibt, kommt ihr auf 312,5. Und die Einheit sind jetzt nur noch diese Kilometer, weil das ist ja eine Strecke, also ein Weg, der zurückgelegt wird. Und das wäre eure Lösung. Wir haben also nur die Formel benutzt, dieses V gleich S durch T. Das ist die einzige Formel, die ihr euch merken müsst in dem Zusammenhang. Und dann stellt ihr die Formel eben immer nach dem um, was in der Aufgabe gesucht ist. Und genauso gehen wir jetzt bei der zweiten Aufgabe vor. Da haben wir jetzt folgende Frage. Ein Radfahrer fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Wie viele Minuten braucht er für eine Strecke von 30 Kilometer? Schauen wir erstmal, was gegeben ist. Der Radfahrer fährt mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde. Das heißt, Geschwindigkeit ist unser V, das ist im Text gegeben. Und die Frage ist, wie viele Minuten braucht er? Also das wissen wir nicht, ist nicht gegeben. Das ist aber, Minuten gehört ja zur Zeit, also T ist gesucht. Und die Strecke von 30 Kilometer ist wiederum im Text gegeben. Und die Strecke oder der Weg, den er zurücklegt, das ist ja immer unser S. Das heißt, hier ist jetzt diesmal T gesucht. Wie lange braucht er für eine bestimmte Strecke? Und wir würden unsere Formel daher gerne nach T auflösen. Da das T hier unten jetzt steht, in dem Bruch, muss das da raus. So wie eben auch. Also wir müssen das T erstmal auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir multiplizieren diese Gleichung einmal mit T, damit das T da unten aus dem Nenner rauskommt. Dann steht da V mal T auf der anderen Seite. Und rechts steht nur noch das S, so wie eben auch. Jetzt wollen wir aber nicht nach S auflösen, sondern wir wollen nach T auflösen. Das heißt, wir wollen, dass das T alleine steht auf der linken Seite. Und das schaffen wir, indem wir durch das V teilen, damit das T eben alleine steht. Wenn wir das machen, steht das T alleine, jawohl. Und auf der anderen Seite steht dann S durch V. Also das könnt ihr dann ruhig nochmal als Bruch schreiben, S durch V. Und jetzt würden wir mal unsere Sachen einsetzen, die wir im Text bekommen haben. S waren unsere 30 Kilometer, das war diese gegebene Strecke. Und V waren 20 Kilometer pro Stunde. Die schreiben wir hier unten rein, schön mit den Einheiten. Und jetzt seht ihr wieder, ihr habt hier Kilometer und unten habt ihr auch Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir dürfen das jetzt einfach ausrechnen. Ihr dürft in euren Taschenrechner 30 durch 20 eintippen und das mal ausrechnen. Dann erhaltet ihr 1,5. Und welche Einheit ist das jetzt? Also das ist ja eine Zeitangabe, die hier gesucht war. Und das ist jetzt noch nicht die Lösung in Minuten, weil wenn ihr hier mal auf eure Einheiten guckt, da habt ihr Kilometer und Kilometer und hier unten steht jetzt noch Stunden. Also das, was wir hier ausgerechnet haben, ist die Zeit erstmal in Stunden. Und da müsst ihr natürlich gucken, was ist gesucht. In der Aufgabe stand aber, wie viele Minuten. Also diese Zeit, diese eineinhalb Stunden, müssten wir jetzt noch in Minuten umrechnen. Und das würde ich normalerweise mit dem Dreisatz machen, dass ihr euch aufschreibt, also eine Stunde wären ja 60 Minuten oder besteht aus 60 Minuten. Und wir wollen jetzt wissen, wie lange sind dann eineinhalb Stunden. Also könnt ihr mit dem Dreisatz einfach 1 mal 1,5 rechnen. Dann kommt ihr auf 1,5. Und auf der anderen Seite müssen wir das eben auch machen. Also hier auch die 60 mit der 1,5 multiplizieren. Ganz normaler Dreisatz. Schreibt den ruhig so auf, wie ihr das gewohnt seid. Und wenn wir die 60 mit 1,5 multiplizieren, kommen wir auf 90 Minuten. Und das sind eben dann diese anderthalb Stunden. Ich meine, das kennt ihr bestimmt, dass anderthalb Stunden 90 Minuten sind. Aber so hätte man das eben mit dem Dreisatz ausrechnen können. Oder ab und zu sind die Zahlen ja auch ein bisschen komplizierter. Dann kann man das nicht im Kopf. Deswegen könnt ihr das ruhig so mit dem Dreisatz lösen. Und das ist dann die Antwort zu der Frage, wie lange er eben braucht. Und jetzt haben wir fast alles durch. Jetzt kommt nur noch das Letzte. Und da steckt jetzt echt einiges drin. Weil da kommt jetzt nicht nur Kilometer pro Stunde vor, sondern eben auch Meter pro Sekunde. Also das wird jetzt so das Highlight. Aber wir gehen es Schritt für Schritt gemeinsam durch. Schauen wir erst mal. Ein Auto braucht 5 Minuten für eine Strecke von 2 Kilometern. Welche Geschwindigkeit fährt es im Durchschnitt? Und wir sollen die Lösung in Kilometer pro Stunde und in Meter pro Sekunde angeben. Was ist hier gegeben? Ein Auto braucht 5 Minuten. Das ist eine Zeitangabe. Das heißt, das ist unser T. Für eine Strecke, Strecke oder Weg, ist dann immer unser S. Das sind die 2 Kilometer. Und gesucht ist hier die Geschwindigkeit. Das ist unser V. Das heißt, diesmal müssen wir die Formel gar nicht umstellen. Sie steht schon perfekt da. Allerdings seht ihr vielleicht 5 Minuten, 2 Kilometer. Wir sollen es aber in Kilometer pro Stunde angeben. Also die Einheiten funktionieren hier noch nicht so genau. Deswegen, wir sammeln es trotzdem mal alles. Also wir können es direkt in die Formel einsetzen, weil die ja schon nach V aufgelöst ist. Die Strecke sind 2 Kilometer. Die tragen wir im einen. Und die Zeit, das T, was da unten hinkommt, sind die 5 Minuten. Die schreiben wir jetzt auch mal rein. Aber jetzt bitte noch nicht ausrechnen, denn wir wollen das Ganze ja in Kilometer pro Stunde angeben. Und wenn ihr euch die Einheiten hier anschaut, steht da momentan Kilometer pro Minute. Das ist natürlich blöd. Also diese 5 Minuten müssen wir erst in Stunden umrechnen. Dazu gehe ich mal auf die neue Seite. Und wir suchen jetzt im Grunde die 5 Minuten. Wollen wir wissen, wie viele Stunden sind es denn? Naja, da braucht man natürlich irgendeinen Vergleich. 60 Minuten wissen wir ja, dass das eine Stunde ist. Und wir wollen jetzt auf 5 Minuten runterrechnen. Das können wir jetzt auch wieder mit einem Dreisatz dann machen, indem wir die 60 Minuten eben durch 12 teilen. Dann kommt man auf 5 Minuten. Und das müssen wir natürlich auch auf der anderen Seite machen. So funktioniert das ja beim Dreisatz, dass man beide die gleichen Sachen auf beiden Seiten macht. Und wenn man jetzt diese eine Stunde durch 12 teilt, da kommt dann so eine Kommazahl raus. Also ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn ihr die dann abkürzt. Deswegen schreibt es ruhig als Bruch 1 durch 12 könnt ihr wirklich als ein Zwölftel hinschreiben. Und das sind dann eben Stunden. Also 5 Minuten wären ein Zwölftel Stunden. Sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus, aber ihr könnt es ja im Taschenrechner eintippen. Von daher nehmen wir jetzt die ein Zwölftel Stunden, um sie durch unsere 5 Minuten zu ersetzen. Also statt den 5 Minuten unten schreibt ihr jetzt eben diese ein Zwölftel Stunden hin. Oben die 2 Kilometer, an denen ändert ihr gar nichts. Das passt ja so von der Einheit. Wir wollen ja erstmal Kilometer pro Stunde. Und jetzt sieht es schon echt gut aus, weil da stehen jetzt Kilometer und unten stehen Stunden. Und jetzt können wir es ausrechnen. Das bedeutet, ihr rechnet 2 durch ein Zwölftel. Und wenn ihr das mit dem Taschenrechner macht, kommt ihr auf 24 Kilometer pro Stunde. Die Einheiten schön hinten dran schreiben, die habt ihr ja schon dementsprechend umgeformt. Das wäre jetzt eure Antwort. Mit welcher Geschwindigkeit? Er fährt mit 24 Kilometern pro Stunde. Jetzt sollen wir das Ganze aber noch in Meter pro Sekunde angeben. Also diese 24 Kilometer pro Stunde sollen wir in Meter pro Sekunde umrechnen. Und ganz ehrlich, ich sage euch erst den schnellen Weg und dann erkläre ich euch den Weg, wie man ihn auch lang gehen kann. Aber merkt euch am besten einfach, weil alles andere ist sehr umständlich. Um von Kilometer pro Stunde das Ganze in Meter pro Sekunde umzurechnen, müsst ihr diese Zahl einfach durch 3,6 teilen. Das ist also, wenn ihr von Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde wollt, rechnet ihr wirklich einfach eure Zahl durch 3,6. Also die 24 durch 3,6 und das Ergebnis wäre dann 6,67 und das sind dann automatisch Meter pro Sekunde. Genauso, wenn ihr andersrum wollt, wenn ihr von Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde wollt, dann müsstet ihr mal 3,6 rechnen. Also das Einzige, was ihr euch merken müsst, ist, wann rechne ich durch, wann rechne ich mal. Es ist immer dieselbe Zahl, immer die 3,6. Wenn ich von dieser Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde will, ist es durch die 3,6 und andersrum ist es mal 3,6. Die Erklärung gebe ich euch trotzdem, aber ich würde euch echt empfehlen, rechnet es einfach immer so schnell. Ihr seid sowieso normalerweise in Kilometer pro Stunde und sollt es noch in Meter pro Sekunde angeben. Aber gehen wir mal den langen Weg dann durch, wie man darauf käme. 24 Kilometer in einer Stunde heißt ja 24 Kilometer pro Stunde. Das heißt, 24 Kilometer fahren wir in einer Stunde. Das wird jetzt gleich so ein Dreisatz wieder. Ganz zum Schluss wollen wir hier irgendwas mit Meter und auf der anderen Seite irgendwas mit Sekunde stehen haben. Also wir müssen jetzt beide Seiten die ganze Zeit umrechnen, dass wir links auf Meter kommen und rechts auf Sekunde. Das ist das Ziel, weil dann haben wir die Antwort in Meter pro Sekunde. Okay, 24 Kilometer, das sind ja, wenn wir das mal 1000 rechnen, kommen wir auf Meter. Also 24 Kilometer, wisst ihr ja bestimmt, dass das dann 24.000 Meter sind. Noch haben wir nicht viel umgerechnet, aber wir brauchen ja auf jeden Fall Meter. Also die linke Seite ist jetzt eigentlich schon durch, weil das war jetzt alles, was wir gebraucht haben. Aber auf der rechten Seite steht noch Stunden, da brauchen wir das Ganze in Sekunden. Also diese 24.000 Meter sind oder fährt man also in einer Stunde, das sind 60 Minuten. Wir müssen jetzt runter. Statt 60 Minuten können wir ja auch, und ich glaube, das ist euch auch bewusst, dass eine Minute aus 60 Sekunden besteht. Also wenn wir jetzt 60 Minuten in Sekunden umwandeln wollen, dann müssten wir nur mal 60 rechnen. Ich glaube, die Einheitenumrechnung kennt ihr noch. Das heißt, 60 Minuten wären 3600 Sekunden, eben mal 60. Und jetzt sieht es echt schon gut aus, denn jetzt haben wir auf der linken Seite Meter und auf der rechten Seite Sekunden. Wir wollen aber auf der rechten Seite eine Sekunde stehen haben. Das heißt, wir müssten jetzt den Dreisatz anwenden und durch 3600 rechnen. Und das müssen wir auf der anderen Seite eben auch machen. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr eben, also 24.000 durch 3600, dann kommt ihr auf die 6,67. Und das wären jetzt also 6,67 Meter in einer Sekunde. Und das wäre von der Geschwindigkeit also 6,67 Meter pro Sekunde. Das ist die lange Fassung für die Abkürzung, dass ich euch sage, rechnet einfach durch 3,6 und gut ist. Also ihr seht, das ist definitiv die schnellere Variante hier oben. Aber trotzdem, falls ihr es irgendwie mal braucht, schadet es ja nichts, dass ihr auch den langen Weg jetzt mal gesehen habt. Aber genau, das wäre jetzt auch die Antwort dann eben für die Frage. Frage, diese 24 Kilometer pro Stunde sind dasselbe von der Geschwindigkeit wie diese 6,67 Meter pro Sekunde. Je nachdem, wie ihr das eben angeben sollt. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit der langen Variante nicht zu sehr verwirrt. Das ist ja wirklich nur so als Hintergrundinformation. Ansonsten sind wir jetzt wirklich alle Varianten durchgegangen, die man mit dieser Formel machen kann. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr allzu viele Fragen offen sind. Aber falls ihr natürlich trotzdem noch Fragen habt, dann meldet euch einfach in den Kommentaren. Ja! Bis zum nächsten Mal.